Ja, schönen guten Tag meine Freunde. Da sind wir hier wieder beim Cooper Truck in Automobilista 2 und ich stelle mal das Wort hier noch einen Tick nach unten. War Qualifying. Practice lief auch wieder zu gut. Erster geworden mit ein bisschen weniger als eine Sekunde Vorsprung und jetzt hier Qualifying, während die Kollegen alle rausfahren. Das ist natürlich nicht so geil. Aber dann lassen wir die halt mal ein bisschen da vorne atmen. So, Pit Limiter aus. Coley Setup ist soweit drin. Und dann schießen wir uns mal ein. Hoffentlich läuft das ähnlich gut wie im freien Training. Ich habe auf jeden Fall den Schwierigkeitsgraden am letzten Rennen hochgestellt, aber Pace war trotzdem hier noch gut. Und wir werden das Rennen jetzt mal in diesem Schwierigkeitsgrad fahren und dann kontinuierlich Rennen für Rennen den Schwierigkeitsgrad steigern, bis wir dann nicht mehr ganz ohne Probleme erster werden oder bis wir vielleicht auch überhaupt nicht mehr erster werden. Oder bis wir vielleicht auch überhaupt nicht mehr erster werden. Wir werden mal schauen. Könnt ihr euch ja gerne hier auf meinem Kanal, auf YouTube, Simchale, YouTube, also seid ihr auf YouTube, auf meinem Simchale-Kanal einfach anschauen, wenn ihr wollt. DTM 2020, ja für alle, die DTM interessiert, sicher eine Empfehlung von mir. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil mehr DTM ist immer gut. Aber jetzt hier erstmal Cobra Trucks, meine Freunde, Qualifying. Und danach elf oder zwölf Rundenrennen hier. Da wird richtig der Diesel rausgeballert, Leute. Das kann ich euch sagen. Aber konzentrieren wir uns. Da fahren wir hier mal schön die Reifen rund und warm und an. Ihr wisst, bei diesen schweren Kisten, bei dieser Power, bei diesem Drehmoment, dass man auf die Straße zaubert, das ist nicht gut für die Reifen. Selbst wenn das hier massive, harte Truckreifen sind, auch die halten nicht für immer. So, hier volle Kanar. Hier schon leicht überschossen, erste Runde. Ja, das sind die Brems-Runde auch noch nicht voll da, habe ich das Gefühl. Ja, das sind die Brems-Runde auch noch nicht voll da, habe ich das Gefühl. Ja, das sind die Brems-Runde auch noch nicht voll da, habe ich das Gefühl. Ja, das war extrem schlecht, Leute. Also, keine Ahnung, warum ich da so übers Ziel hinausgeschossen bin. Ich denke einfach mal, die Reifen müssten ja mittlerweile schon fast glühen. Aber ich glaube, die Bremsen sind noch nicht ganz am Start, so ich bin direkt auf 1, okay, das ist super. Schießen wir nochmal hinterher. Ich denke, da geht noch was zeitentechnisch. Not immer wieder was. Ich denke, da geht noch nicht weiter. peek hat dich Body. Abonnieren. Ich bin Huntington. Aber auch keinen schönen Platz. Untertitelung des ZDF, 2020 So, mal sehen, ob wir noch eine Sekunde hier rauskitzeln können. Gut, da haben wir sogar Zeit verloren. Was ist denn das? Wie konnte ich denn hier so Zeit verlieren? Na komm, Leute, dann... Naja, lassen wir es mal so. Okay, dass ich aber da noch mal Zeit verloren habe, das ist ja auch heftig. Gut, dann skippen wir mal zurück und ja, wir haben die 1 geholt. Okay, cool. Dann sehen wir uns in Part 2 oder im zweiten Video, wo es dann ins Rennen geht. Ich darf mich fürs Zuschauen schon mal bedanken. Das Rennen wird jetzt zeitgleich hochgeladen und veröffentlicht. Also wer jetzt hier zufällig auf das Qualifying gekommen ist und unbedingt das Rennen sehen will, geht einfach auf meinen Kanal SimJay und da seht ihr dann direkt das Rennen. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Bye, bye.